Moin Leute, was geht? Alter, Digga Heute kommt ein Vlog, der in die Geschichte eingeht Zweiter Vlog, ja, kurz mal Zweiter Vlog, aber der wird in die Geschichte eingehen Erstmal, wir fahren heute wieder Mellow, da nehmen wir euch wieder mit Zweitens, dieser Dude hier kriegt heute die Gabel, die Gabel des Dooms, Alter Diese Gabel Okay, Spoiler nicht, Spoiler nicht Sag nichts, sag nichts, Digga Ihr seht es gleich, wir machen so einen Weg Wahrscheinlich schon ein bisschen im Thumbnail Bis gleich Ich bin jetzt in YouTube Weißt du, was hier am Ball macht? Dann ziehen wir mal hier aus So, werden sie mal So, ein paar Wow, fuck Digger, das ist maximal voll. Ja, ich bin nur kurz. Digger, komm wieder rein. Ein Sieger, nigger. Ist das schön? Toll. So, Lime, wo sind wir? Wo sind wir? Bei dem Pell Marcel und der baut uns heute meine neue Kindergabe ein. Mit taler Maschiner, Digger. Ich kann schon mal draufhauen, weiß ich nicht. Wir haben, müssen Sie noch rein? Auf Zerpöhe. Das muss, Digger. Die ist Schrott. Die verschenkt ja übrigens, die nächste Verlosung wird, ihr müsst übrigens die Like-Buttons knallen und kommentieren. Wer die meisten Kommentare und die meisten Likes klappt, kriegt die Gabel. Bei 1.000.000 Klicks wird die verlost. Bei 1.000.000 Likes wird die verlost. Genau. Okay. Die ist komplett in der Arsch, Alter. Nein, ist sie nicht. Nein. Nein. Okay, dann sehen wir uns, wenn die eingebaut ist. Also, super, hallo. Yeah. Yeah. Ah, scheiße. So, Lime. Wir sind jetzt. Mellow Park. Okay. Fahrer wie es gab. Ich würde sagen, wir switchen gleich in den Bike-Porn. Ah, scheiße, was ist drin. Ädml. Oh. Äh. 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 Spart rating. Äh. Ü ado. Äh. 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 So Leiden, Daniels, äh Marcel, hat eine Mission. Da in dem Dingler, was da neu hinkommt, ein 180 gegen, hoppfakey wieder raus und dann mal gucken, ob die Speed reicht, ob ich bis der Quadra komme, fakey fahren und dann mach ich da noch ein Barfakey und dann... Aber Leute, wir müssen erst mal sagen, der Mellow wurde umgebaut, ich glaube es wurde auch nicht erwähnt. Wieder neue Obstacles und endlich wurde der Resi an die Rampe geschoben oder andersrum, da ist keine Lücke mehr. Also du kannst jetzt sozusagen die Jump-Out springen, die Vorder-Out zurück und dann die Resi ist in die andere Richtung. Und das Traurigste ist, ich kann heute einfach nicht fahren. Ich habe meine Hand verletzt, ich hoffe, dass ich bis nächstes Video wieder fahren kann. Das ist ein sogenannter No-Hand. Ja, ich kann heute nicht. Okay, let's go. Wir reden nicht drüber. Marcel, los! Yo! Ah! Okay, 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 okay! Er hat noch was Krasseres, vorher springt er mit 180 gegen und macht dann noch ein Bar rein. Jockey-Sell, Digga, wenn er den macht. Marcel! Okay, das ist möglich. Ja? Ja, ja. Ziemlich früh, erst mal nur auf Bunny, auf Beck und dann ein Bar fäckig. Okay, okay. Last try, sonst lässt er erst, Mensch. Bamm, Digga! Ey! Sexy! Ich habe auch nur Correction, hab, Alter. Sexy! So, Leute! Jetzt sind wir hier im Mellow Park. Die schöne Gabel habe ich schon ein bisschen gefahren. Palamaschina. Also, wir machen einen kleinen Mini-Line, Dreier. 180 Slider. Slider. Äh, nicht 180, äh, Nose-Bomb-Slider. 180 hier rüber. Nose-Bomb-To-Manny oder Nolly. Ich weiß nicht, ob man den Nolly nennt. Okay, let's go, Digga! Boah, sick, Digga! Boah, sick, Digga! Ha, ha, ha! Boah, geil! Boah, Bruder, so sick! Digga, was ist da los? Neuer mal! Neuer mal! Boah, ist schön weit. Kann er richtig gut jetzt, ne? Ja! Sick, Digga, sick! Sick! Abi-Maschine! Abi-Maschine! Oh, Danny-Boy! Ich hab' weggeflogen! Haha! Dennis, reden Sie jetzt? Ja, guten Tag! Wir machen jetzt Foto-Chain! Da drüber! Okay! Okay! Na hör' mal, schlag' dir Marcel nicht noch mal kaputt, Junge! Doch! Schaffst du, schaffst du, schaffst du! Ja, ja, geh durch! Geh durch! Ja! Aaaaaaah! Haha! Der ist direkt, direkt wieder hinterher! Marcel, will noch irgendwas hier machen? Ja! 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 Bruder! Was? Der Marcel ist auch so in der Maschine! Und Dennis, Junge! Dennis! Ah, Mann! Danny-Boy! Ey! Oh! Oh! Aaaaaaah! Oh, der ist die Gorge, ey! Komm! Du musst immer weg! Aaaaaaah! Oh, mein Gott! Statement! Sorry! Haha! Du bist gut, Junge! Oh, Maxi! Ja! Ah! Ah! Fabi macht jetzt da noch einen Trick! Oh! 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 Oh, mein Gott, Digga! Du bist so ein kranker! Du... Oh! Fabi! Ich bin ein Kind von dir! Und jetzt Marcel! Abfahrt! Na, los! Ja, komm! Aaaaaah! Marcel! Ja! Nein! Nein! Aaaaaah! Aaaaaah! Fabi, den will ich! Ja! Aaaaaah! 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 Das hab ich nicht gemeint! Aaaaaah! Aaaaaah! So leiden! Fabi macht jetzt einen Dryer hier rüber! Er macht den so schön! Aaaaaah! 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 euch ein. Ja er hat sich so krank wie der ist. Schaut es euch selber an. Viel Spaß. Alles ok? Alles gut? Oh Gott. Gigi. Lailen, ihr habt es ja gerade gesehen, wir waren beim, wo waren wir? Beim King Ziggy Döner, wirklich der beste Döner in Potsdam, also unsere Meinung. Also der Digger, der schmeckt hier so heftig krass, King Ziggy Döner, da man sieht es gerade nicht so, weil wir gerade so ein bisschen gebaut, ja auf jeden Fall Lailen, bester Döner und wir gehen jetzt zum Barsé und dann springen wir kurz rein und da gibt es die Upmoderation. Bereit? Ich geh jetzt rein. Es ist richtig warm, Alter. Es ist vorbei. So ein geiles Produkt. Na ja, Marcel tut mir, Digga, Marcel. Marcel, muss gehen wir mal raus. Gute Besserung. Du hast dir zwar, also, du hast dir schon was getan, aber zum Glück nichts Schlimmes, sage ich jetzt mal. Also jetzt nichts gebrochen oder so. Digga, krank. Ja, es war ein geiles Video. Diese Gabel, da muss man glaube ich nichts zu sagen. Er steht da hinten, man kann es nicht sehen, aber man muss glaube ich nichts dazu sagen. Es ist wirklich zu köstlich. Also ich bin ganz ehrlich, ich glaube, ihr da draußen, ihr seid schon ein bisschen neidisch auch. Kann ich auch mal stehen. Kann ich auch. Kann ich auch. Kann ich auch. Kann ich auch. So, er kommt da zum Punkt. Man kann hier auf jeden Fall auch noch mal kurz die Pike sehen. Die verstaubt jetzt da hinten. So. So. Kurz mal. Nochmal hier. Wir hoffen, das Video ist ein bisschen durcheinander vielleicht. Wir versuchen es gut zu schneiden und jetzt springen wir nochmal ans Wasser. Wissen wir nicht, ob wir es davor oder nachher im Blenden. Auf jeden Fall war es das für heute. Und. Und ganz kurz. Das ist ehrenlos. Film mal kurz dahin. Ach Digga. Die machen Feuer. Und wir haben Waldbrandstufe 5. So. Ich weiß nicht, ob man es sieht. Falls ihr sowas macht. Nicht nachmachen. Macht nicht. Nicht nachmachen. Macht man nicht. Waldbrandstufe 5. Wieder schauen. Reingehauen. Bis zum nächsten Mal. Das Like und Abo da. Tschüss. Und kommen wir in N fandosure dabei. Bye 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 bye. Vielen Dank.